Hey, ich bin's der Tim und habe nur eine kleine Info von euch, die vielleicht ein paar von euch interessieren werden könnten, ein paar vielleicht, ein paar von euch auch nicht. Die Leute auf Twitter haben es schon mitbekommen, ich habe mir wieder einen zweiten Kanal erstellt, also keine Angst, ZX bleibt so gesehen mein Hauptkanal, ich werde hier weiter meine Let's Plays hochladen und, und, und. Aber ich habe mir für eine andere Videoart einen dritten Fletcher-Kanal jetzt erstellt. Ja, es ist wieder ein Fletcher-Kanal, ja, verleite ich mich in den Kommentaren, es ist mir so egal. Auf diesem Kanal, da habe ich jetzt heute so ein Theorien-Video hochgeladen, und zwar eine Theorie dazu, was, wo das neue The Legend of Zelda Breath of the Wild seinen Platz in der Timeline finden wird. Habe ich so eine Theorie aufgestellt, so in meinem eigenen Kopf, und da habe ich ein Video dazu gemacht, und das habe ich da hochgeladen, und genau dafür wird dieser Kanal auch da sein, für Theorien, Fakten, Top-Listen, so ein Scheiß halt, was man da so macht, damit ich hier auf ZX schön gechillt weiter die Let's Plays hochladen kann, und da dann die ganzen Theorien und so. Ich weiß, ich hatte das Ganze schon mal mit Nico, hatten wir auch schon mal einen Kanal. Die Sache war, wir haben diesen Kanal nicht aufgehört, weil wir keinen Bock hatten, wir haben einfach nie den Arschhoch bekommen, das Video, ein Video aufzunehmen. Wir hatten ein Skript zu einem kompletten Video fertig, aber wir haben nicht den Arschhoch bekommen, es aufzunehmen, obwohl wir Bock drauf hatten. Naja, auf jeden Fall war es so die Zeit nochmal mit diesem Kanal. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut da mal vorbei, gebt euch das Video und diskutiert auch ein bisschen in den Kommentaren mit. Und ja, mehr wollte ich nicht sagen. Also, schönen Tag noch mal rein. Tschüss! Tschüss!